So, Unboxing Video, Ruth geht an uns. Die Lannisters ziehen ein. So, hier sind wir jetzt noch die kleinste. Ja, das ist sie, ne? Ne, die ohne Tücher, das war die kleinste. Sie sind aufgeraumt, leicht gestresst, würde ich sagen. So, meinst du, ich soll hier unten die Box rein tun? Oder wo, in die Blätter oder so, wo sie abhauen kann. So, okay, da hilft sie schon gegen. Ach, komm her. So, die ist schon mal... Jetzt mal von oben. Okay, die nächste kommt. Grunter. Das ist jetzt die Flinke, oder? Weiß ich nicht, ne, ne. Die andere, die Flinke war schon grün. Noch grün. Ja, die, denke ich erst mal so. Zack. Oh, die springen ja voll, ey. Die ist auch, ne? So, Anni. Oh, nun fühlen sie sich nicht daran, ne? Guck mal wieder rein. Das ist der Weg, brauchst du noch was? Ups, ey, der ist ja noch nicht geworden. Zieh auf. Ne, du, ich nehm den Weg vor. Du meinst, ich soll hier Spili Gonzalez? Ja, das kann ich leider nicht machen. Ne, ne. Schön weit reinhalten. Okay. Oh komm, nicht in diese Richtung. Oh, ist die grün. Geil, ne? Das sieht ja geil aus. Hey, bist du vorsichtig? Komm. Drei. Mädels rein. Einmal. Komm. Zack. Hey, wow. Du gibst gleich Stress mit den anderen. Und jetzt kommt der Big Boss. Oh, die will ich auf die Aster setzen. Na, lieber nicht so, damit er nicht abstürzt. Oha, der ist wild. Hauptsache spielt sie nicht in viel. Und greif dich an. Zack. Der ist abgestürzt. Der hängt da hinten an der Wand. Hast du ihn dran? Ja. So.